Die Computex 2024 in Taipei war eine Messe der Superlative, nicht nur die größte IT-Messe in Asien, wahrscheinlich die größte PC-Komponenten-Messe, aber auch die größte Server-Messe. Wir müssen wirklich reden und ich habe mir Verstärkung reingeholt, nämlich das Technik-Faultier und Johannes von NewGadgets.de. Immer ganz gut, wenn man mehrere Perspektiven hat, um mal auf die Highlights zu einer Messe zu schauen. Ich glaube, das wird spannend. Viel Spaß! Halleluja! Die 2024er-Ausgabe der Computex, eine Messe der Superlative, das meine ich wirklich so. Denn noch nie habe ich so viele Menschen vor den Registrierungsschaltern gesehen, zumindest nicht in den letzten 5, 6 Jahren oder so. Ja, da war ja auch Covid dazwischen. So viele Menschen, die in die Halle selber dann rein wollten und die sich entsprechend in langen Schlangen angestellt haben. Ich habe aber auch noch nie erlebt, dass wenn du auf dem Showfloss selber bist und du auf einmal ein Riesengeschrei und Aufruhr und hast du nicht gesehen, ein Menschen-Mob kommt an und bildet ein Knäuel rund um eine Person. Schaut euch das mal hier an. So, and this is how it looks like when Jensen Wang gets on a booth at Computex. He's somewhere... there. Holy... Jensen Wang Superstar. Jo, da ist der Nvidia-CEO. Rockstar at his best. Völlig abgefahren. Aber nochmal ganz kurz. Das ist ja überhaupt nicht das Thema dieses Videos. Das habe ich nämlich aufgenommen, zusammen mit noch zwei anderen. Wenn ihr euch wundert, warum wir so ein paar Mal auf den Ton eingehen. Ja, wir haben das im Foodcourt aufgenommen, weil der Messerummel da nicht so groß war. Aber ab und zu liefen dann lustige kleine Helferinnen und Helfer mit so Geschirrwagen durch die Gegend. Das heißt, ich habe den Zaun mal einmal lustig durch so einen AI-Filter gepackt. Wenn Kai oder Johannes oder ich dann in irgendeiner Art und Weise meinen erklären zu müssen, wer da gerade wieder mit einem Porzellanschubser vorbeiläuft, dann hört ihr das wahrscheinlich jetzt nicht mehr so. Also denkt euch einfach, wir haben das nicht gesagt. Letztendlich kommt es ja auf den Inhalt an. Und da geht es um AI-PCs, AI-PCs und noch ein paar AI-PCs. Aber wir reden auch so ein klein wenig, nicht nur ein klein wenig, wir reden über Wettbewerb. Wir reden über Wettbewerb von den Chip-Herstellern, den es so in der Form noch nicht gegeben hat in den letzten Jahren. Und wir reden final noch darüber, was machen wir denn überhaupt mit den Kisten? Und wer hat coole Laptops vorgestellt und wer hat so eher so MeToo-Produkte? Ja, wir packen einfach mal die neuen Halbleiter, die neuen Platinen ins alte Gehäuse rein, dann sind wir auch mit dabei. Also viel Spaß. So, Extremtest für die DJI-Mikrofone, den wir hier während der Computex 2024 durchführen. Ich habe, wie ihr offensichtlich sehen könnt, Verstärkung mitgeholt, mitgenommen. Johannes Knapp von NewGadgets.de. Ja, danke für die Einladung. Von Technik-Fault hier. Von Technik-Fault hier. Schön, dass ihr da seid. Zweiter Tag, dritter Tag eigentlich der Computex. Für uns zumindest, ja. Für uns zumindest. Heute ist eigentlich der erste Tag der Computex. Heute war eröffnet. Achso, ich glaube, ich muss ja da reinreden. Heute war eröffnet. Ja, das ist übrigens dann die Challenge, die wir haben werden und nachher auch wissen werden, wie gut denn jetzt die mikrofontechnischen Spezifikationen dieses Geräts nicht nur auf dem Papier sind. Aber das werden wir herausfinden. Ja, heute ist der erste große Tag. Gestern waren schon Kinos und am Sonntag hat Nvidia sich gesagt, ey, wir müssen... Ja, lass einfach ein Kino in irgendeinem Stadion machen. Ja. Warum nicht? Tatsächlich kann ich mich noch an Kinos von denen erinnern. Da waren 150 oder 200 Leute. Jetzt müssen sie 15.000 haben. Das ist für Nvidia Tegra damals. Da waren wir in so einem ganz kleinen Raum. Waren vielleicht 50 Leute drin gefühlt. Jetzt fehlt der Stadion. Schon beeindruckend. Können wir sagen, das ist ein erstes Highlight gewesen. Die Nvidia Keynote am Sonntag. Auf jeden Fall. Jensen Huang ist hier einfach ein absoluter Rockstar. Und die Keynote war halt... Ich weiß nicht, ob du die live gesehen hast? Im Livestream. Im Livestream. Ja. Mega. Also er kann halt auch wirklich gut reden, muss ich sagen. Deshalb ist es schon ein Happening gewesen. Ihr wart beide da? Ich wollte gerade sagen, nein, überhaupt nicht. Ich hatte irgendwas anderes. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich bin ja jetzt auch schon am fünften, sechsten Tag jetzt hier. Ich habe ja vorher zwei Tage mit Intel hier schon verbracht. Und ich dachte mir jetzt gerade auch so, die beiden erzählen aus der Vergangenheit die großen erfahrenen Hasen. Denn für mich ist es tatsächlich die allererste Computex. Die fast nicht möglich gewesen wäre. Ach so, das meinst du. Ach so, du meinst es so. Ich dachte jetzt gerade, nein, mir war es ein bisschen interessanter bei der Einreise. Johannes hat die Story jetzt schon zehnmal gehört, weil ich die doch einigen erzählt habe. Bei der Einreise wurde mein Pass von den taiwanesischen Einwampen eingescannt und dabei ist er angerissen. Ich habe halt noch einen alten mit dieser dicken Plastikseite und die ist zu 80 Prozent rausgerissen. Dann waren die direkt in heller Panik und sagten, oh, damit ist der jetzt ungültig. Und ich nur so, ihr habt den doch gerade kaputt gemacht. Der war doch schon gültig bei der Einreise. Also ihr hattet, als er noch ganz war. Und ich bin ja auch von Düsseldorf nach München, wobei da wird ja sowas ja nicht kontrolliert, aber dann von München nach Seoul geflogen. Da wurde der mindestens einmal kontrolliert von Seoul nach Taiwan. Da haben die den in Seoul auch gescannt. Alles okay. Und hier, naja, fiel er halt auseinander. Und dann haben die gesagt, du hast keinen gültigen Pass. Wir lassen dich nicht rein. Wir setzen dich in den abendlichen Flieger nach München. Und ich war dann so. Und dann habe ich ein bisschen rumgefragt und endete dann damit, das Deutsche Institut hier anzurufen, weil eine offizielle Botschaft oder ein Konsulat gibt es ja hier nicht. Das darf man ja nicht oder will man nicht unterhalten. Und die haben sich dann super gekümmert. Also die waren rigoros, haben da dann in einer halben Stunde Gott und die Welt in Bewegung gesetzt. Und dann waren die auf einmal total freundlich zu mir am Flughafen. Die, die mich vorher direkt schon abschieben wollten und so. Ach, komm rein. Alles kein Problem. Willkommen, Faultier. Naja, und jetzt habe ich heute auch die Botschaft bekommen. Mein vorläufiger Reisepass ist auch schon bei denen fertig. Also egal. Ich muss mal hier sagen, Taiwan gefällt mir super. Taipei muss ich eigentlich ja eher, was anderes habe ich bisher ja noch nicht gesehen heute oder diese Tage. Das Deutsche Institut. Mega Leute. Heute haben wir Dienstag. Du fließt wieder zurück am Donnerstag. Donnerstag. Und du auch? Ja. Das ist ja ganz schön knapp gewesen dann. Hast du dich schon abgeholt oder morgen dann? Ich flitz morgen, morgen oder übermorgen dann erst vorbei. Nur zwischen neun und elf, ne? Ja, es ist deutsche Zeiten. Aber sie haben reingeschrieben, ich könnte auch, wenn das nicht passen würde, würden sie auch noch einen Termin mit mir machen. Also wirklich super tolle Typen und Damen. Und einen Tag später fliegt er. Das ist ganz schön knapp. Komm mal zurück, Tim. Du hast gesagt, du bist schon zwei Tage vorher mit Intel hier gewesen. Erzähl doch mal, erzähl doch mal aus dem Nähkästchen. Was hat denn Intel mit dir gemacht hier? Gut, das habe ich das erste Mal auch so erlebt. So eine Chip-Vorstellung von Intel, muss ich sagen, war vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt von denen. Die haben am Donnerstag, Freitag ihren Lunalake vorgestellt, ihre neue revolutionäre mobile CPU. Sie sagen halt selber, klar, Marketing-Sprech viel dabei. Es ist jetzt nicht einfach nur ein bisschen eine was, sondern halt grundlegend neu Design, stromsparende NPUs haben wir auch. Die haben hier bei TSMC produziert. Ja, zwei Drittel, zwei Drittel. Das fiel ihnen nicht leicht, das fiel ihnen leichtes zuzugeben, aber sie verkaufen es halt dann so. Wir wollen ja das Beste für unsere Kunden. So, und jetzt machen sie es halt so. Unten die unterste Schicht, die bauen ja dieses in den 3D-Verfahren. Genau. Macht dann Intel, diese Basic-Layer oder was das so, oder Teil. Und dann die IO und die Compute-Teil fertigt halt TSMC. So, und jetzt war aber das Problem, die haben das NDA halt heute auf den vierten gelegt. Heute mittags taiwanesische Zeit. Wegen der Keynote von Intel heute. Wahrscheinlich, ne? Und blöde war halt, aber jetzt waren wir auf diesen ganzen anderen Events, ne? Von den ganzen Partnern. Asus, Acer und wie sie nicht alle... Achso, nicht auf den Tisch hauen, Entschuldigung. Asus, Acer und wie sie nicht alle heißen. Und die sprachen halt über AMD, die sprachen über Qualcomm. Aber keiner sprach über Intel, ne? Weil halt das NDA noch nicht da war. Und jetzt habe ich persönlich halt so viel Zeug gemacht und überall darf Intel halt noch nicht vorkommen. Und jetzt bleibt so der Rest und jetzt bricht es halt noch über Intel. Naja. Das ist also zwei Tage bei Intel passiert. Zwei Tage CPU-Vorstellung oder SoC-Vorstellung. Ja, aber es war ja auch mit Deep Dice und Interviews und Gruppen und Demos und was nicht alles. Also ich kenne das ja so ähnlich schon von Qualcomm. Bei Intel war das jetzt das erste Mal in der Ausführung. Ich sage es mal so, man habe ich mich teilweise doof gefühlt. Also klar, Chipsachen ist ja für uns Consumer-Nasen ja nochmal auf einem anderen Level. Und wir kriegen das ja noch mit den Nanometer-Verfahren hin und sowas. Und grundlegend vom Aufbau, CPU, GPU, NPU-Kerne und sowas. Und dann geht es ja schon ein bisschen noch an die Anbindung. Aber wenn die dann über Speicherbass und wie auch immer das... Und dann gehen die da noch mehr in die Tiefe und du denkst, du bist schon... Jetzt kommt nichts mehr. Und dann machen die noch einen Fass auf, noch eine Schicht tiefer. Das war so nach dem Motto, ich verstehe hier nichts mehr, Leute. Es ist so wirklich so Mathe, Mathe, LK, Uni, was auch immer. So nach dem Motto, du machst Mathe, LK, bist der King. Du fängst an der Uni an und denkst dir nur so, Alter, bin ich blöd. Bei mir kam ich mir vor wie in der Vorlesung. Also Elektrotechnik oder so. Aber im Grunde genommen hast du ja das große Thema hier auf der Computex damit vorgegeben. Es geht hier, wenn ihr auf den Showfloor geht, alles AI-PCs am Nebenstand. AI, 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 was du irgendwo überall reinpacken kannst. Da wird AI draufgeschrieben oder auch nicht draufgeschrieben, beziehungsweise ist dann drin. Aber den richtig großen Aufschlag, muss man ganz klar sagen, hat Qualcomm hier in diesem Jahr gehabt. Auf jeden Fall, ja. Und zusammen mit Microsoft sein Co-Pilot. Bisschen vorgelegt schon auf dem Surface-Event vor drei Wochen, dann auf einem Microsoft-Build. Nämlich zu sagen, wir haben mit dem Qualcomm Snapdragon X Elite und dem X Plus, das ist dann die Einstiegsvariante davon, haben wir jetzt ARM, also die RISC-Architektur. Das ist also der Befehlssatz entsprechend für den Prozessor. Da ist ja ein wenig reduziert und deswegen soll alles schneller gehen. Deswegen verbrauchen die weniger Strom und deswegen werden noch nicht so schön warm und so. Interessant. Also das, was ihr alle aus euren Smartphones kennt, das kommt jetzt nach elf Jahren, nachdem wir es beim Nokia Lumia 2520 verbaut haben, wieder in den Laptop rein. Oder erst mal in den Laptop nur. Erst mal in den Windows-Laptop. In den Windows-Laptop. Was ja jeder hier erreichen möchte, weil sie haben ja gesehen, wie geil Apple Silicon-M-Prozessoren geworden sind vor einigen Jahren, als Apple Intel den Laufpass gegeben hat und seine eigenen Chips gefertigt hat. Und jeder war ja erst mal skeptisch, aber Apple hat das ja einzeln umgesetzt. Also gerade wir als mobile Videonasen, nichts ist so geil von der Akkulaufzeit, von der Performance. Und dann hörst du noch nicht mal einen Lüfter wie diese MacBooks. Und genau das will das Windows-Lager auch. Und die vergleichen sich jetzt ja alle mit diesen neuen Qualcomm X-Elite-Chips. Guck mal hier, Leistungsvergleich mit dem M3, M3 Pro. Und ich stehe da und denke mir, ja, ist ja schön. Aber ganz ehrlich, wer da jetzt den dicksten, längsten, was auch immer hat, ist mir Wumpe. Wenn diese Windows-Kisten jetzt auf der Performance-Level von mir aus einem M1, M1 Pro da sind und einfach das lieb abliefern. Das würde schon reichen. Ja, dann bin ich glücklich und zufrieden. Dann haben wir Kisten, die vielleicht je nach Hersteller 18, 20 oder noch mehr Stunden durchlaufen. Vielleicht ein 5G-Modem integriert haben, ein geiles Display haben. Und ich habe einfach von allen, das ist ja der große Vorteil diesmal von Qualcomm, nicht nur ein Hersteller baut die Dinger, sondern sie haben zum Start direkt sieben Hersteller im Boot. Asus, Acer, Samsung, Lenovo, nicht auf den Tisch schauen. Und ich heiße, HP und Dell. Und jeder hat mindestens ein Gerät. Samsung. Hat dich als Zweiter genannt. Entschuldigung. Da wirst du aber wahrscheinlich vergessen, was du erzählst. Und du weißt, ich freue mich echt hier zu sein. Dann sind sie ja wieder wie das Kaninchen vor der Schlange und mit großen Euklein. Aber zurück zu Qualcomm, die freuen sich halt einen Keks. Und das ist jetzt im dritten Anlauf halt hoffentlich mal für die funktioniert, da Fuß zu fassen. Und sie haben heute noch im Q&A ja noch uns erzählt, dass sie planen. Das ist ja Hardcore-Test für das Mikrofon. Ob das mit dem Geschirr auch richtig funktioniert. Wie war der schöne Gag? Der ARM-Chef hatte ja gestern noch gesagt, sie peilen damit an, bis in den nächsten fünf Jahren 50 Prozent Windows-Marktanteil zu haben mit ARM-Chips. Und dann saß halt Cristiano, der Chef von Qualcomm, auf der Bühne und meinte, ja, ja, der hat ja leicht reden. Wir müssen die Arbeit machen. Und dann sagte er, ja, wir peilen auch schon 40 bis 50 Prozent in vier bis fünf Jahren. Mal gucken. Wir hatten die Dinger ja alle noch nicht vernünftig selber zum Testen, sondern nur hier zum Rumspielen. Und jetzt starten sie am 18. Juni und davor sollen wir noch unsere Samples bekommen. Und dann füllen wir den Kisten auf den Zahn und dann gucken wir mal, ob das Versprechen eingehalten wurde. Spannend daran ist ja, ich meine, die kommen ja von null Prozent Marktanteil. Und das ist dann doch schon ein schöner Ramp-Up. Ich war ja vorhin im Demo-Raum von Qualcomm und konnte mir da alle Geräte anschauen. Und auf einem wurde halt auch ein Game gezockt, 80 FPS, ein 2D-Shooter und sah halt absolut ganz normal aus. Also es macht halt einfach Spaß, das Notebook ganz normal zu nutzen. Es ist ein ganz normales Windows drauf und ich freue mich da voll drauf. Ganz ehrlich. Ich habe nur Baldur's Gate 3 gesehen, das liegt gerade so mit 35 auf dem Samsung da ganz rechts außen. Okay, wir hatten ein anderes Spiel. Offensichtlich. Ja, wir haben das richtige Spiel draus geholt. Ich weiß nicht, ob das Metro war oder welches Game das war, aber es sah gut aus und lief auch flüssig. Qualcomm hat angekündigt bzw. behauptet, dass 1200 Games schon darauf laufen würden. Es ist übrigens in den letzten Wochen immer mal wieder rausgekommen in den Kommentaren, als Apple damals seinen M1 eingeführt hat. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Das sind unterschiedliche Befehlssätze, basierend auf dieser Chip-Architektur, die es da gibt. Und bei Apple, als es rausgekommen ist, waren die ganzen mit x86 kompilierten Programme, da gab es Rosetta, nannte sich das. Das ist so wie so eine Brücke, wie so ein kleiner, lustiger Übersetzer, damit die Programmchen dann auch noch laufen können. Jetzt kommt Arm raus und sagt, wir brauchen da gar nichts mehr dafür. Das läuft 1200 Games und das alles wird gut. Und das ist eigentlich auch wichtig, weil Windows ist einfach auch das Betriebssystem für Gamer. Ist halt auch einfach so. Also ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin wirklich gespannt. Spielst du auf deinem Mac oder was? Nein, nein, natürlich nicht. Welche Games spielst du da drauf? Es ist halt auch wichtig. Minesweeper. Und, was ich jetzt auch noch erwähnen will, das Game lief ja schon eine Stunde auf dem Notebook und es war nicht mal wirklich warm. Also ich weiß nur, dass wenn ich auf so einem x86 Prozessor Notebook nicht spielzocke, dann wird das brennend heiß. Vor allem, weil das Samsung-Gerät ja auch ein Alu-Gehäuse hat. Dann brennt es mir die Beine weg unten. Und das war einfach nur so ein bisschen warm. Das war schon beeindruckend. Was ich auch noch gesehen habe bei denen war unter anderem, also nochmal, die haben ja alle so eine lustige NPU eingebaut, also ein Mule Processing Unit. Stellt euch vor wie ein Spezialchip. Eine GPU ist ja auch ein Spezialchip, der dann speziell dafür da ist, Grafikanwendungen zu beschleunigen. Denn tatsächlich würden Grafikanwendungen auch auf einer CPU laufen, nur einmal eben so gar nicht so gut. Und irgendwann kam man auf die Idee, dann entsprechend dedizierte Grafikkarten einzubauen. Und deswegen macht so eine NPU, diese Neural Processing Unit, kümmert sich dann um die diversen AI-Feeds, die hatten DaVinci, wie heißt es nochmal, Resolve da, also ein Video-Editing-Programm. Das haben die dann angeschmissen. Das Ding hat dann exportiert und dann lief dann alles auf der NPU. Das war schon sehr beeindruckend. Der Prozessor eidelte bei 7% oder so vor sich rum und 85% liefen auf der NPU. Also es gibt offensichtlich schon einige Anwände, die es dann nutzen. GIMP hatten sie ja auch gezeigt, das Bildbearbeitungsprogramm. Und haben Stable Diffusion Pack-In. Und klar, mit 45 Tops ist die NPU dann auch schön ordentlich performant. Kannst du schon ein bisschen was machen. Irgendein DJ-Programm hatten die da, aber ich kenne mich halt mit so Musik nicht aus. Ja, guck doch dir mal an. Das ist ja wohl klar. Ich bin da kein DJ, ja. Aber es sah gut aus. Das hat sich eigentlich gut angehört, was da rauskam. Das ist halt einfach jetzt die große Frage, weil Qualcomm sagte halt, ach, hier dieses Emulieren von den Programmen, die halt nicht für die ARM-Sprache oder Architektur angepasst sind, ist ja gar nicht so wild. 87 Prozent der Programme, die die meisten Nutzer im Alltag brauchen, und damit meinen wir auch die Pro-Nutzer, die haben wir für ARM. Und die 13 Prozent, na ja, dafür hat Microsoft Prism entwickelt, also deren Rosetta 2 Pendant. Genau. Das Schlimme ist, es konnte halt auch immer noch keiner vernünftig von uns testen. Das ist halt eins von den Fragezeichen. Und wenn man mal anguckt, wie das beim Surface Pro X damals noch war oder als sie mit dem 8CX gestartet sind, ah, das war ja genau die Krux, dass das halt teilweise von Akkulaufzeiten und 5G, always on, always connected, dieses Snapfragen-Verspärfen, gehalten wurde, ja. Aber es waren halt viel zu wenig Programme, die flüssig liefen. Und jetzt, wieder ein paar Jahre später, versuchen wir das Ganze nochmal. Microsoft hat ja angeblich geliefert. Der Markt ist ja da. Microsoft weiß ja auch, wo die Reise hingeht. Qualcomm macht jetzt den ersten Schritt. Irgendwann kommen Nvidia und Mediatek auch wahrscheinlich mit einem Prozessor um die Ecke. Und dann gibt es da halt, na ja, Wettbewerb zu den etablierten Intel. AMD nehme ich jetzt mal ein bisschen raus. Ich weiß, die Gamer schreien. Aber in diesem mobilen Bereich, ich glaube, da hat Intel mit gewaltigem Abstand die Hausmacht. Was mir aufgefallen ist, auf der Intel Keynote, die wir gerade gesehen haben, beziehungsweise die sofort drei, vier Stunden zu Ende gegangen ist hier. Während der Qualcomm-Events beziehungsweise der Microsoft-Events wurden sie nicht müde, dir zu erzählen, wie lange Akkulaufzeiten die Laptops haben. Multi-Day-Battery-Live. Na, das ist das Ding. Dell spricht von seinem XPS 13, diesen kleinen, schicken 13er von 27 Stunden. Akkulaufzeiten ist alleine schon neun Stunden, mehr als die Intel-Plattform. Irgendein Hersteller hat auch fast 30 Stunden gesagt oder über 30 Stunden nach der Laufzeit. Ich weiß noch nicht mehr, welcher. Das hört sich ja auch mal an, wie groß die Batterie ist. Vielleicht kannst du auch 500 Stunden machen, nur du musst halt einen Rucksack mitnehmen. Ja, das ist aber doch immer die Frage, was du dann hast. Also wenn du ein OLED-Display hast, hast du ja schon mal wieder einen anderen Vorteil. Genau. Dann ist die Frage, was die an Benchmarks angeben. Wenn du natürlich dann, was weiß ich, irgend so eine mittlere Displayhelligkeit, 150 Nits sagen die ja immer, und dann spielst du einfach ein YouTube-Video an, was dann AV1 kodiert ist. Und dann haben sie auch noch einen Hard-Chip mit drin. Dann ist natürlich der Spritverbrauch nochmal was anderes, als wenn sie richtig arbeitest. Aber mir macht das ja alles sehr viel Hoffnung, wenn dann ein Hersteller angibt, 26 Stunden Akkulaufzeit. Und selbst wenn es am Ende 13, 14, 15, 16 sind, kommt es ja easy durch den Tag. Und das ist ja überhaupt das, was du brauchst. Genau das. Und das ist halt dieser Schritt von diesen, sagen wir mal, 6, 7, 8, 9 Stunden, wo man ja bei den besten Geräten so ungefähr landet. Und deswegen, ich habe auch die große Erwartung, also von der Akkulaufzeit wird das hinkommen, dass wir Profis über den Messetag problemlos mit den Dingen hüpfen können. Mit meinem MacBook Air geht es schon. Deshalb muss es jetzt auch endlich mal zu Windows-Notebooks. Ganz ehrlich. Aber ich fand es halt so ein bisschen bezeichnend, dass Intel halt diese Akkulaufzeit-Angaben nicht gegeben hat von nicht einer einzigen Plattform bisher. Snipp. Snipp. Ich möchte was sagen. Also Entschuldigung, dass ich schon wieder dazwischen geräte. Nee, machst du gar nicht. Das war mein Entsetzen heutzutage. Diese Differenz zwischen diesen zwei Tagen Intel-Briefing und Deep-Dives und guck mal hier und guck mal da und hier hast du schon Geräte. Und hier sind Vergleichswerte zu M3. Also die standardmäßige, was die immer machen. Performance per Watt. Leistungsdinger und, 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 und. Gab es da alles. Und heute auf der großen Intel-Show war das ja, ich will nicht sagen, Luna Lake war eher so eine Randnotiz, aber es war so nach dem Motto, guck mal hier sind Geräte. Wir haben auch was. Ja, wir haben auch was und so viele Partner und wir werden bis Ende des Jahres, werden wir am meisten Chips verkaufen. Denken mir, natürlich verkauft ihr am meisten Chips und Geräte, weil ihr seid halt Intel. Aber sie haben komplett hinterm Berg gehalten, halt mit irgendwelchen Vergleichswerten. Das macht mich halt wieder ein bisschen stutzig. Zwei, drei Sachen, die mich stutzig machen generell. Ich glaube, Intel hat noch nie so früh Medien eingeladen, hier rüber zu Computex, um denen genau diese Deep Dives zu geben. Das zeigt mir, dass das, was wir auf der Build und auf dem Surface-Event mit Qualcomms hatten, schon einen ordentlichen Druck aufgebaut hat in die Richtung. Das Nächste ist, dann hast du Nvidia, die am Sonntag hier launchen, die erzählen, ah, okay, mit Blackwell und die nächste Generation, sind wir schon sowas von voran im Zeitplan. Wir können liefern, wir sind früher am Start. Wir positionieren uns als die Company, die das Computing für die gesamte Welt, also über die Server-Infrastruktur liefert. Und das natürlich auch wiederum einen riesen Angriff in Richtung Intel. Nächsten Tag AMD Keynote. Und dann hast du im Performing-Bereich, also auch im Gaming-Bereich, aber ebenso wieder im Server-Bereich. Das und das und das und das machen wir. Und dann bekommst du einfach auch noch den Langläufer, den Efficiency-Bereich um die Ohren geknallt. Indem Qualcomm, die aus der Mobile-Ecke kommen, ja, die das in ihrer DNA hängen haben, nämlich Efficiency, schießen dir dann jetzt auch nochmal so eine Breitseite bei den Prozessoren, bei den Laptops und mit 17 oder 18 oder wie viele Geräten sie gezeigt haben davor und sagen für sich, ach und übrigens, wir sind jetzt bei Windows-Performance-Leader. Also es gab so rechts und links um die Ohren. Und jetzt, und das ist auch immer sehr, sehr konkret, also ich weiß, wann die Kisten rauskommen, 18. Juni oder was. Ich weiß, was die kosten. Die erzählen dir auch und übrigens, ihr könnt da und da und da hingehen, könnt ihr preordern. Ich habe bei Intel keine Akkulaufzeiten bekommen, relativ überschaubare Benchmarks, aka gar keine, sondern immer nur so und so viel Prozent schneller als dieses oder jenes. Und dann wurde noch gesagt, ach ja, und dann irgendwann im dritten Quartal. Und das sind so diese Punkte, wo ich gerade im Moment so merke, dass nach 20 Jahren absoluter Technologieführerschaft, und damit meine ich in diesem gesamten Ökosystem, Backend, was ich baue, was auf dem Desktop, unter dem Desktop kommt und was ich mir in den Rucksack packe, Intel jetzt gerade richtig kräftig strampeln muss. Endlich. Wieder auch mal Zeit. Da haben sie echt lange ausgerufen, echt auf ihren Lorbeeren. Das hat so den Anschein im Moment. Oder sind da falsche Entscheidungen getroffen? Wort. Ich wollte gerade sagen, Intel hat ja in den letzten Jahren erst den Chefwechsel und haben ja sowieso gesehen, dass sie auf den Beutel kriegen. Der Abgang von Apple war ja halt auch eine harte Treffer. Absolut. Und wenn wir einfach zurückrechnen, diese vor vier, fünf Jahren ist ja Apple weggegangen. Wir wissen ja alle vier, fünf Jahre ist die Chipentwicklung. Das heißt sozusagen, dieser Ludalec jetzt, das müsste so der Erste sein, der auf den Entscheidungen nach dem Abgang von Apple gekommen ist. Dass sie vielleicht deswegen wirklich mal was anderes versuchen oder wirklich jetzt mal den Arsch hochkriegen, weil sie es halt einfach sehen. Und die sehen das halt ganz genauso. Die kriegen sie von allen Seiten, kommen sie immer näher. War ja ein bisschen abzusehen. Sie versprühen natürlich auch einen Optimismus. Wenn wir 13a-Fertigung haben, dann wird alles wieder besser. Und dann wollen wir ja auch nicht mehr bei TSMC. Da gab es auch den Ausblick. Wir werden bei der nächsten Generation wieder fast alles bei uns fertigen. Haben sie auch die Hoffnung. Und dann haben sie den Ausblick gegeben. Bis Ende des Jahrzehnts wollen sie, glaube ich, der größte Systemfertiger werden. Im Sinne von, wir machen alles zusammen. Speicher plus die Compute-Teile zusammen. Und nur bei den Compute-Teile wollen sie Nummer zwei werden. Also die Ambitionen da zu sagen, wir fertigen auch wieder geiles Zeug für uns selber und für andere ist da. Aber ich glaube, die nächsten Jahre werden erst mal hart. Und vor allem, wenn wir dann Ende des Jahres sehen und wir haben dann diese Lunalake-Sachen, wir wissen, was die Qualcomm-Kisten taugen. Und dann gibt es wirkliche, richtige, vernünftige Benchmarks. Gucken wir mal. Also ich bin guter Dinge, also egal, wie es ausgeht, ob jetzt Intel, was sich ändert, oder Qualcomm liefert. Aber für Windows, mobile Windows-Nutzer, wird sich die Welt schön ändern. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal AI, sondern einfach nur dieses Akkulaufzeit und es läuft einfach. Vor allen Dingen wird es eine ganze Menge für die Entwickler-Community ändern, die sich überlegen müssen, okay, werde ich jetzt, wenn ich ein Windows-Entwickler bin, werde ich optimieren für eine Qualcomm oder für nächstes Jahr gibt es ein Gerücht, dass ARM zusammen mit NVIDIA was basteln würde. Das wäre ja eine Sache, die dann wahrscheinlich so ein bisschen in die Performance-Abteilung gehen könnte. Oder wie du schon sagst, dass ein Media-Tech, es ist, könnte da, übrigens hatte Cristiano Amon, der Qualcomm-CEO heute gesagt, macht, dass die im Snapdragon, in dem X-Plus-Bereich mit Geräten rechnen, die um die 650 Dollar liegen werden. Und dann hast du schon bei der Qualcomm-Snapdragon-Abteilung, das ist doch nicht mal ein Media-Tech, hast du schon ordentlich Druck in dem Markt drin. Also das ist heftig, weil Media-Tech müsste das ja auch noch mal wiederum unterbieten. Dann bist du irgendwie so in dem Sub-500-Dollar-Bereich unterwegs. Und das wird richtig, richtig heftig. Und dann müssen sich halt auch die Entwickler und die Entwicklerinnen überlegen, ey, für welche Plattform werde ich denn hier optimieren? Und es könnte tatsächlich sein, wenn du siehst, wie committed die Hersteller hier sind, und das hat man denen wirklich angesehen, die sind ziemlich happy, dass diese neuen Geräte am Start, dass das Ende mal was anderes ist, auch anders aussieht, auch andere Designs dadurch ermöglichen, sind in der Ecke dünner geworden und kompakter, dass die da Bock drauf haben. Und dann merkt es halt auch einfach, bei den Geräten. Also ich finde, dass seit Apple seine M-Prozessoren auf ARM rausgebracht hat, also ich finde, X86 hat echt ein Problem im Consumer-Bereich, weil Konsumenten wollen einfach lange Akkulaufzeiten. Ja. Die Performance ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil das ist halt eher so ein Nischen-Ding. Ja, Creator, Gamer, die wollen natürlich jetzt aktuell Performance, aber wer einfach nur im Internet zuhören ein bisschen Word schreibt, dem reicht auch ein ARM-Prozessor und dann hat er hier seine 25-Stunden-Akkulaufzeit und das Ding wird nicht mal warm. Und das ist schon toll. Und es ist leise und es ist halt schon gut. Und Performance ist auch da, weil in jeder Single-Core-Performance drehen die Armpisten und Kreise um die X86. Und selbst wenn es die höchste Ausbaustufe ist und das geilste Ding, was gerade auf dem Markt ist, also das ist da, die können nur noch hinten heraus, über die mehr Kerne und natürlich um eine ganze Ecke mehr Energie, die da durchgeschleust wird, dann nochmal punkten. Also es tut sich was. Das ist jetzt nicht nur so, wie wir es mal so vor zehn Jahren und dann dazwischen noch hat es das Surface Pro X. Genau. Wo man so dachte, ah, aber das war irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist jetzt was völlig anderes. Das einzige Gute an dem Teil war eigentlich die Webcam. Um zu den Herstellern zu kommen. Das ist auch ein Fitzer. Doch, ja. War mein Fazit. Ich habe eine neue Webcam geholt. Die ist auch Windows drauf installiert. Genau. Kostet 2000 irgendwas. Was ich sagen wollte, dass die OEMs, also die Hersteller, die Asus, die Acer, dass die jetzt Morgenluft wüttern. Einfach um diese Dominanz von Intel zu brechen. Oder wenn sie einfach sagen, wir haben jetzt einen anderen Mitspieler am Markt, wo einfach Konkurrenz da ist. Das hast du so gemerkt. Wir hatten halt, oh, nochmal der nächste Test für unsere DJ Eyes. Mal gucken, wie das hier rausgefiltert wird. Ja, die X2. Da sind die auch X3. Da sind wir die Damen noch eben vorbei. Die laufen doch jetzt so durch die Gegend. Du merkst halt, hier ist ja ein gewisses Hersteller-Show laufen. Sei es bei der Qualcomm-PK, sei es bei der Intel, was auch immer. Dann kommt immer der Acer-Chef ist da, ein Asus-Co-Chef ist da, Großburschaft vom Microsoft-Chef und dann der nächste Chef und der nächste Chef. Die geben sich ja die Klinke hier in die Hand und machen eigentlich den ganzen Tag oder bei jeder PK immer wieder das Gleiche. Jeder lobt sich, jeder ist der netteste Partner und langer Partner und wir kennen uns seit Jahren und wir beste Freunde alle, Friede, Freude, Eier, Kuchen. Aber ich fand, bei der Intel-PK war es nochmal was anderes. Wenn Intel ruft, müssen diese ganzen OIM-Chefs, stehen die schramm. Und dann ist, wenn Intel das so und so haben möchte, das gab es bei den anderen halt gar nicht, habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann haben die alle wirklich so das Intel-Skript vorgelesen, um dann halt so eine zusammengeschnittene Grußbotschaft zu machen, was die wahrscheinlich bei einem Qualcomm oder bei einem AMD, ich glaube, denen würden sie einen Vogelzeichen fändest. Da trauen die sich mir. Ja, genau das. Wahrscheinlich übrigens auch eine Chance für Qualcomm. Dadurch, dass die sagen, pass mal auf, wir sind hier die New Cool Kids in Town und wir geben euch entsprechende Freiheiten, auch wenn es darum geht, wie ihr Designs auslegen wollt, was für Ideen ihr in Zukunft damit habt. Wobei, um diese Co-Party-Plus-Zertifizierung zu bekommen, musst du natürlich diesen Microsoft-Standards entsprechen. Als da wäre, du musst eine NPU drin haben, 16 Gigabyte RAM und eine 256er SSD, dann gibt es die schöne Co-Party-Taste. Ich meine, den Status, den Intel jetzt bei den Notebooks und alles hat, das hat ja Qualcomm theoretisch bei den Smartphones. Ja. Und jetzt kommen sie endlich mal rüber zu den Notebooks oder vielleicht auch Tablets, vielleicht kommt sie auch noch, in All-in-One, wer weiß, oder in kleinen Mini-PCs. Qualcomm meinte, Christiano, heute, wir wollen auf jeder PC-Plattform präsent sein. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, warum nicht? Warum nicht in einen All-in-One-PC, in einen Tablet? Und nicht nur das, sondern auch noch mal sehr, na, sagen wir mal, alles andere als subtilen Ausblick darauf vergeben, wie sie wahrscheinlich auch in den Server-Bereich mit den Kisten hineingehen wollen. Und dann gibt es die nächste Breitseite. Und auch performantere Geräte, wo man dann eben auch gamen kann oder für Creator, um Videos zu bearbeiten. All-in-One, Desktops und so weiter und so fort. Ich freue mich. Okay, okay, okay. Kratos wollen sich auch machen. Komplett davon abgesehen, dass wir offensichtlich auf der Prozessoren, auf der Plattformseite einen Wettbewerb haben, wie es den de facto noch nie vorgegeben hat. Und im nächsten Jahr wird er noch mal heftiger. Und wir noch mehr Player in Mappen. Wenn ihr euch die Kisten aber selber anguckt, glaubt ihr, ihr nutzt das alles? Seid ihr jetzt die ganze, oh Gott sei Dank, ist hier die Copilot-Taste. Da brauchen wir doch mal eben kurz schnell Fragen und jetzt noch schnell ein Bild generieren. Also ich muss für mich sagen, wahrscheinlich eher nicht. Also ich lasse mir nichts generieren aktuell. Oder ganz kurz auch. Kein JGBT frage ich und ich lasse mir auch mit Stable Diffusion keine Bilder generieren. Du machst das ja gern. Oder? Nee, bei deinen Podcasts. Aber es ist halt immer noch so eine Nischensache. Also ich kenne keinen in meinem Bekanntenkreis, der das macht. Außer halt uns Techies. Aber sonst macht keiner irgendwie, keiner nutzt, jeder kennt JGBT, aber keiner, den ich kenne, nutzt das. Oder wissen wir vielleicht noch gar nicht, wie wir das nutzen werden. Weil wir sind ja nun mal jetzt die letzten 30 Jahre mit Maustastatur, Bildschirm konditioniert worden. Ich meine, jetzt haben wir die Hardware dafür, jetzt sollen mal endlich Entwickler was Cooles draus machen. Ich finde die Anwendung viel besser, wenn es, wie du gesagt hast, mit DaVinci Resolve. Das ist ja wirklich eine Anwendung, die sehr gern benutzt wird. Und wenn man da mit AI irgendwie so ein Masking machen können, dass der das dann schon prädiktiv erkennt, wo die Person hinläuft und das dann irgendwie masken kann mit AI, das macht natürlich mehr Sinn, als irgendwie Bilder zu generieren. Aber das ist natürlich eine nette Demo, die sie ihr vor Ort zeigen, weil Stability Fusion gibt es ja schon. Wie sieht das bei dir aus? Ihr hört mich ein bisschen grumpfen erst mal. Das ist aber so wieder so ein vielschichtiges Grumpfen. Mein Problem mit vielen von diesem AI oder den Ansätzen, die die jetzt zeigen, mit Bildern, Texten schreiben und, 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 und. Es gab diesen schönen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einfach so ein Internet-Meme war oder was auch immer. Aber ich finde den sehr treffend, so nach dem Motto, ich wollte, dass AI meine Steuererklärung macht und meine Wohnung aufräumt, damit ich mehr Zeit zum Malen und zum Texteschreiben habe. Und ich wollte nicht, dass AI für mich malt und Texte schreibt, damit ich mehr Zeit für Steuererklärung und Wohnung aufräumen habe. Und in die Richtung geht es ja. Leider, muss ich ja sagen, dann doch ein bisschen. Weil es werden halt dieses, ich sage mal, die reaktiven Sachen werden pro Computer übernommen, die wir eigentlich machen sollten. Musik erstellen, Bilder malen, so die coolen Sachen. Genau das. Ich kann das ja alles nicht. Ich bin mal ehrlich. Das ist es. Das ist es. Das ist es ja. Also klar, für die, die es professionell damit machen, ist es halt doof, weil auf einmal können es alle oder jeder wird dadurch befähigt, das zu erstellen, das zu können. Das ist ja auch, hat ja auch was Gutes. Aber das ist so, dass gerade aktuell noch das Alleinstellungsmerkmal. Google versucht es ja irgendwie ein bisschen da mit diesem Ausblick auf dieses Astra-Ding oder so. Ja. meinen persönlichen wirklichen Assistenten, der mir meinen Tag plant und alles vereinfacht und der mich wirklich unterstützt in meinem normalen Tagesablauf. Das kann ich mir relativ gut vorstellen. Aber wie Johannes ja schon sagte, dass ich dann als Otto Normal dann mal mit Chat-GTP rumspiele. Natürlich, das ist interessant. Und guck mal, hier ist genauso wie Alexa, Siri und wie sie nicht alle hießen, haben ja auch viel am Anfang angefangen. Aber die Möglichkeiten, die dann dahinter stecken, werden ja von vielen schon gar nicht mehr genutzt. Und es wird auch was Rudimentäres so zurechtgestutzt wie, mach das Licht an, mach das Licht aus, spiel die und die Musik. Und alles andere fällt ja dann auch wieder hinten rüber. Vielleicht wird das mit AI halt auch so in die Richtung gehen. Was ich jetzt noch als zweites nachschieben möchte, gerade im Hinblick auf Qualcomm und die Chips, mir tut es ein bisschen für Qualcomm leid, dass Windows oder das Microsoft damit Windows Co-Pilot plus PC so dominant aktuell ist, dieses Thema AI besetzt. Wäre Qualcomm einfach letztes Jahr rausgekommen mit diesem neuen Chip, da wird dieses AI-Thema keinen interessieren. Wir werden alle so geekig, nerdig, wie wir es eben waren über die Chips. Und jetzt geht das halt in diesem AI-Zeug unter, wo aber auch Intel sagt, wir werden Co-Pilot-Dinger machen, wo auch AMD sagt, wir werden das machen. Ich glaube ja irgendwie, Qualcomm kann das gerade die ersten Monate noch alleine nutzen. Und bei all den anderen heißt es ja Co-Pilot plus irgendwie kompatibel. Aber da muss ja Microsoft irgendwie noch das Update freigeben oder so. Aber das ist so mein Thema oder langer, kurzer Ausweg über AI. Es ist ähnlich wie bei Apple mit VR oder AR. Es ist geil, es ist schön, es könnte auch theoretisch funktionieren. Ich hau schon wieder auf den Tisch. Entschuldigung. Heißt ja auch Spatial Computing da. Haben die auch gar nicht. Ja, aber du siehst es ja, das Thema flacht ja auch schon wieder ab. Die, die es ausprobiert hat, aber es steckt halt noch in den Kinderschuhen. Wer weiß, wo es mal landet und wer weiß, wo das AI-Thema mal hingeht. Aber die Industrie sagt ja, es wird unser Leben verändern. Wer weiß, wie wir in fünf oder in zehn Jahren nochmal sitzen. Ja. Ob wir dann überhaupt selber hier sitzen oder unsere AI-Avatare dann sich unterhalten. Wahrscheinlich eher Letzteres. Ich kann mich aber auch gut vorstellen, dass Intel da auch gesagt hat, hier könnt ihr ja jetzt nicht als Microsoft sagen dann, ja, hier die Notebooks sind dabei deutlich besser, deutlich schneller. Sagt einfach, dass die AI können und Intel kann das ja auch in ein paar Wochen oder Monaten auch. Dann ist das okay. Aber ich hätte es mir auch lieber gewünscht, dass die dann einfach sagen und es anders vermarkten und nicht nur mit AI, weil AI ist halt wirklich, ich finde, es ist noch nicht ganz im Mainstream angekommen. Es ist bei Geeks und Nerds angekommen, aber hier bei meinen Eltern oder so, die würden niemals im Leben irgendwas mit AI machen. Aber die würden sich sehr gerne ein Notebook wünschen, was einfach super lange durchhält und das hätten die vielleicht auch mal ein bisschen mehr in den Fokus bringen können, dass sie sagen können, hier, das ist genauso wie euer altes Notebook, nur halt performanter, wird nicht so heiß, Akkulaufzeit ist besser und ja, AI können sie ja klein ein bisschen erwähnen, aber sie packen AI wirklich ganz nach oben, Co-Pilot Plus PC, kein Mensch weiß, was das ist. Ganz ehrlich. Und jetzt die finale Bonusfrage, was war denn euer Highlight außerhalb dieser AI-Geschichte? Nee, 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 du hast es nicht gemacht. Ich tu mal vor, Johannes. Mein Hals ist trocken, ich muss nicht trinken. Ich würde hier gerne als Letzte antworten. Ja, ich meine, AI dominiert, ja. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Highlight, ganz ehrlich, aber die Geräte sind meine Highlights. Also, ich freue mich einfach, ich habe heute zum Beispiel das Samsung, das neue Galaxy-E-Book gesehen Und das hat so eine gute Verarbeitungsqualität, ein schönes Alugehäuse. Da interessiert es mich aktuell noch nicht so ganz, dass es ein toller Co-Pilot-Plus-PC ist. Es ist einfach ein ganz schönes, cooles Notebook, was eine gute Akku-Laufzeit hat, was super anfühlt und viel Performance hat. Das ist mein Highlight. Ja, aber was gab es denn außerhalb? Nicht immer Co-Pilot-Plus wählt. Wenn du mich fragst, was mich jetzt hier in den letzten sechs, sieben Tagen am glücklichsten gemacht hat. Dass man das Land wieder verlassen darf. Dass ich überhaupt erst reinreisen durfte und meinen Reisepass ausgestellt und mein Vorläufiger jetzt fertig ist. Aber das, was Johannes sagte, als wir heute das erste Mal in diesen Qualcomm-Reihenraum durften, wo die ganzen Geräte da sind, wo man endlich mal mit rumspielen kann und einfach sieht, okay, die sind unter der Haube absolut gleich, aber wo unterscheiden sich die Hersteller noch? Das Dell XPS 13 sieht mega aus, aber hat die grottigste Tastatur, die ich seit Ewigkeiten erlebt habe. Ist dann aber wieder eins von den Geräten, die die Strom- und Display-Out-Versorgung an beiden Seiten haben. Das ist ja auch wieder so eine Krux, wo viele haben. Dann gehst du zu HP, wo ich dann vom Envy, aber dann habe ich das Ding in der Hand und denke mir, oh schön. Dann komme ich daneben zum Lenovo T14S oder wie sie es nennen. Mega Tastatur. Jetzt nicht so sexy vom Gehäuse. Ja, das Ding war auch wieder richtig gut. Ja, genau. Ich meine, Lenovo hat auch, glaube ich, als erstes Gesetz in der Firmenhistorie stehen. Du darfst einfach keine Geräte mit steckten Tastatur Ja, ist ja auch so. Es liegen Welten dazwischen. Das ist wirklich so. Dann guckst du dir Asus und Acer an, die, glaube ich, einfach ihre, ich sag mal, normalen Brot- und Buttergeräte einfach genommen haben, da den Chip einfach ausgetauscht haben unter das Board und hier fertig, gucken wir mal, wie das so ankommt. Und dann guckst du dir Samsung an, die ja wenigstens mit zwei Geräten da vertreten waren. 14 und 16 Inche. Ja, ja. Und also, um dir auch die Frage zurückzubringen nochmal, das war schon mein Highlight da in Ruhe. Und du weißt einfach, dieser Raum ist auch morgen, der ist übermorgen für uns noch geöffnet und wir können da nochmal in Ruhe rumspielen. Und es gibt einfach diese Geräte, wo jetzt wir von drei Jahren lang von Qualcomm erzählt haben, sie werden kommen, es werden viele OEMs direkt zum Start, welche verfügbar haben. Und jetzt siehst du es mit eigenen Augen. Jetzt mal, dass wir sie anfassen dürfen. Die ganze Zeit haben wir nur Snapdragon X gehört. Die ganze Zeit nur Bilder von Benchmarks oder irgendwas gesehen. Jetzt haben wir wirklich mal die Geräte in der Hand gehabt. Wir dürfen zwar immer noch nicht benchmarken und so wie ich das bei den US-Kollegen, selbst die US-Kollegen haben immer noch keine Samples zum Testen. Das ist halt immer noch dieses große Fragezeichen. In drei Wochen. Ja, 18. ist der Start. Gerade Microsoft geht ja davon aus, man kauft die Surface-Geräte, ohne sie vorher mal getestet zu haben. Das finde ich auch diesmal ein bisschen hart. Ich würde gerne wissen, was der Hintergrund ist. Funktioniert bei Apple auch. Ja, oh, du hast recht. Vielleicht sehen wir ja dann in der Woche vorm 18. dann die ersten Ami-Tester, die dann wirklich mal einen Testbericht abliefern dürfen, die dann halt zwei Tage vorher das Gerät bekommen und dann was dazu machen dürfen. Warten wir mal. Ja, gucken wir mal. Aber das war gerätemäßig bisher mein Highlight. Und das Werber-Team sich umgebrandet hat. Also das neue Logo. Mega. Ich will direkt wieder Rohlinge kaufen. Ja, sehr schön. Ja, ich kann das auch nur so unterschreiben. Insofern, ab diesem ganzen Branding und Naming und AI-Hype, da sind einfach unfassbar gute Laptops, eine komplett neue Generation an Laptops vorgestellt worden, die die Art und Weise, wie du mit denen arbeiten kannst, tatsächlich durch diese längere Akkulauzeit in Kombination mit der zusätzlichen Performance, glaube ich, doch durchaus ein bisschen verändern könnte. Und ich bin auch ebenso bei dir. Einige Hersteller scheinen ihre normalen Kisten genommen zu haben und mal eben die Platine ausgetauscht zu haben. Andere sind konzeptioneller rangegangen und haben gesagt, ey, wir wollen da auch was anderes nach außen hin zeigen und vielleicht auch von der Haptik her was anderes anbieten. Was sich durchsetzen wird, das werden wir sehen. Aber so oder so war das, glaube ich, die erste richtig große Laptop-Computex der letzten zehn Jahre. Man merkt aber auch, dass die Hardware-Hersteller sind jetzt in Vorleistung getreten. Ja. Jetzt muss ich halt zeigen, was die Software-Entwickler damit machen können. Jetzt will ich aber auch gern, wenn wir jetzt tolle NPUs in den Notebooks haben, dann will ich jetzt aber auch mal sehen, dass hier so ein Photoshop hier und irgendwelche Premiere Pro, dass die mal irgendwelche coolen AI-Features nutzen, um diese NPU da zu nutzen, damit das Video bearbeiten schneller geht, irgendwelche anderen Sachen schneller gehen. Jetzt muss ich das mal zeigen. Jetzt haben wir tolle Hardware, aber die Software muss ich jetzt noch mal zeigen. Aber ich will nicht die ganze Zeit nur Stable Diffusion-Bilder generieren und ChatGBT fragen, wo der nächste am Supermarkt ist oder so. Oder ob er mir mal irgendwie ein Gedicht schreiben kann. Das haben wir jetzt zu Genüge gefragt. Wir brauchen richtige AI-Software jetzt. Ist so. Du sprichst das Videoschneiden an. Ich fände das super, wenn ich einfach mein Video, ich sag mal, den Hauptlaberteil da reinwerfen kann. Dann packe ich meine B-Roll, mein Schnittmaterial, flere ich ein paar Dokumente noch mit rein. Machen wir was Schönes daraus. Richtig. Dann drücke ich auf AI und sage, mach mal Vorschlag. Oder mach mal Vorschlag. Eins, zwei, drei. Beispielsweise, ich rede im Video über die Anschlüsse, habe ein B-Roll, wo Anschlüsse sind. Die App oder die Software muss erkennen, dass das Anschlüsse sind. Genau. Und pack das B-Roll da drüber. Oh, das wäre toll. Wollte gerade sagen, wenn das so kommt, dann sind wir Videonasen wieder. Boah, AI, Beste. Dann drücke ich einen Knopf und dann ist das Video geschnitten. Fertig. Dann muss ich nur noch aufnehmen. Dann mache ich auch mal wieder mehr Videos. Ja. Das stimmt. Das muss man ja sagen. Palle ist ja mein großes Vorbild und ich stecke mindestens genauso viel Arbeit in die Produktion von den Videos wie er. Ich kann das absolut verstehen, dass du dabei Unterstützung von AI brauchst. Ich glaube, besser können wir mit der Nummer nicht aufhören. Schön, dass ihr beide da wart. Zum allerersten Mal, dass ihr beide hier seht. Meine Güte. Und dann würde ich einfach sagen, wir treffen uns in einem Jahr wieder hier vor Ort. Und dann wissen wir auf jeden Fall, ob diese Wette ausgegangen ist oder nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn da mehr kommen würde von der Hersteller. So machen wir es. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018